Okay, 109, 105, aber ich glaube wir haben jemanden mit 101 hier. 101? Keiner mit 101 hier? Da, wusste ich es doch. 101, das ist unfassbar. Es ist hier jemand, der 100 Jahre alt ist, aber 99 haben wir ganz sicher hier. Finger hoch, wer ist 99 Jahre alt? Der bekommt ein großes Herz von uns. 98 Jahre alt, da geht hier vorne eine Hand hoch. 97 Jahre alt, da gehen ganz viele Hände hoch. Wer ist denn 96 Jahre alt? Eine 95. Wer ist 95 Jahre alt? Hier vorne. Ich bin echt begeistert. Ich hoffe, ich schau mir das in die Brüder auch alles.